Jo Leute und was geht und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Ankündigungsvideo, heute mal ganz gediegen. Also heute, also ne heute, morgen wird es ein 20 Abonnenten Special geben. Ich werde auf Gomme HD oder auf dem Minecraft Server Revenside.tv werde ich eine riesenrunde Bad Wars verhandeln. Also so eine 4x8, also mit 8 Teammates oder so oder mit 12 auf Gomme. Mal gucken. Und jeder, der Lust hat, vielleicht dabei zu sein, einfach mal nur so aus Langeweile, nicht irgendwie, weil ich es unbedingt viele brauche, sondern einfach nur aus Langeweile, falls jemand Zeit hat und Lust hat, einfach dabei zu sein, würde ich ihn bitte bitten, dass er einfach seinen Namen, seinen Minecraft-Namen und seinen Skype-Namen in die Kommentare schreibt. Dann tue ich euch noch n und dann seid ihr auf jeden Fall morgen dabei. Wann das Ganze wird, das weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, so zwischen 16 und 17 Uhr wäre das morgen. Würde ich das machen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall extrem gut, dass ich jetzt noch einmal 20 Abonnenten habe. Das ist auf jeden Fall richtig gut für mich. Also ich finde es auch gut. Gucken wir mal noch so was heute noch läuft auf YouTube. Okay. Und auf jeden Fall, ich finde es extrem krass, dass ich auf einmal so habe. Ich habe angefangen, ich habe auf einmal 10 gehabt, ne 8 hatte ich, wo ich den Kanal übernommen habe. Dann hatte ich auf einmal, habe ich ihn einmal gelöscht, weil ich irgendwann ein Kumpel zusammen machen wollte. Dann hat der wieder keinen Bock gehabt, dann musste ich wieder den machen. Dann habe ich 11 gehabt. Jetzt hatte ich 20 Abonnenten. Das finde ich schon mal extrem krass. Mein Ziel ist dieses Jahr, bis zum Sommer, ist mein Ziel 50. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich hoffe es einfach. Und ich hoffe, ihr helft mir dabei. Mich einfach an Freunde, Bekannte, Kumpels weitergeben, die gerne irgendwie Minecraft oder Real Life oder auch andere Games gucken. Weil ich bin auch noch so am Überlegen, so Fußballmanager-Filzen will ich noch hochladen, so eine Spiele. Und ja, das war es eigentlich von meinem Kleinen an, die Ankündigungsvideo. Wenn es euch gefallen ist und wenn ihr Lust habt, morgen beim Abonnenten-Special mit dabei zu sein, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann hätte ich euch und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Zumindest sind die, die Lust haben. Und ich würde sagen, ciao!